Was passiert, Schaffer? E-Space. Die Nummer für WhatsApp-Sprachmachin ist 01522. Ja Moin! Drei, drei, vier. Hier ist gerade ein Ja Moin durchs Gehörgang hier geballert, Alter. Sollte es mich verfrischständigen. Take it, I can't take it anymore. I can't take it anymore. Operator, Prost! Operator, komm rüber! Komm rüber Operator! Einmal anstoßen hier! Aber eine Frage hätte ich. Wieso müssen wir Spülmittel trinken? Jetzt! So ein Zack, Zack, Zack! Leg lang schnacken! Operator, gib ihnen einen Nacken! Prost! So, ich sag es euch, wie es ist. Ich bin halt gesoffen. Das ist auch gut. Cassandra sagt, sie kann ja vormittags bumsen. Dass ich da drüben sitze und arbeiten muss, ist ihr vielleicht nicht klar, oder? Jobgeier! Kann ich auch die Kamera lenken? Warte, ich komm erst gleich mal an. Dauert ein bisschen. Ja, sieht sich angenehm aus. Ja! Hier ist so ein Zauberherrland. Ja! Ja! Endlich mal wieder alleine hier in meinem Puff, Alter. Soll ich Dienstag vorbumsen? Wenn du willst. Willst du vorbumsen? Ich hab Urlaub. Also ich kann quasi morgens aufstehen anfangen. Wer hat Urlaub, Alter! Ohne Scheiß! So ne Urlaubsmenschen, Alter. Morgen muss ich arbeiten. Urlaubsmenschen. Jobgeier! Warte, ich teste erst mal kurz den Typ zum Typ, okay? Nur als Test! Stony geht kurz duschen. Warte mal, ist Pim nicht auch duschen? Satjas auch duschen? Stony, Alter! Das ist ja eine Gruppendusche hier! Ein flotter Tuscher! Düpp, 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 düpp. Ja, er läuft! туpp, düpp, 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 düpp. Rockgeier! Denn Sonntag 18 bis 20 Uhr. TWISH-Livestream.